Hallo, ich bin Sami, dein Lesebär. Tauche mit mir in die Welt der Bücher ein und lasse dir von mir Geschichten unendlich oft erzählen. Meine Geschichten erkennst du am Sami-Logo. Es zeigt dir, dass ich dieses Buch vorlesen kann. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Schlage das Buch ganz hinten auf der allerletzten Seite mit den Eisschollen auf. Stecke meine Eisscholle auf das blaue Feld oben im Buch. Das hast du toll gemacht! Jetzt können wir das Buch zusammen erkunden. Möchtest du eine Seite noch mal anschauen oder hören? Blättere vor oder zurück. Jetzt will ich dir verraten, was ich alles kann. Sehe ich ein Buch zum ersten Mal, lade ich eigenständig die Vorlesedateien herunter. Verbinde mich dafür einmalig mit dem Internet. Auf meiner Sami-Webseite erkläre ich alles Schritt für Schritt. Zurück zu meinen Funktionen. An meiner Mütze befindet sich der An- und Ausknopf. Wenn du ihn zwei Sekunden gedrückt hältst, schaltest du mich an. Wenn du auf meine Ohren tippst, werde ich lauter und leiser. Stolz bin ich auf meinen Lautsprecher. Er macht meine Geschichten zu einem faszinierenden Hörerlebnis. Natürlich habe ich auch einen Kopfhöreranschluss. Das kitzelt! Und mein Akku hält rund zehn Vorlesestunden. Erhältlich im Starterpaket mit Lesebär und Buch sowie einer ständig wachsenden Sami-Bücherwelt. Wir hören uns! Dein Sami! Musik Untertitelung des ZDF, 2020